Es gibt Schilder! Du musst einen Weg finden, siehst du! Du kannst es nicht verletzen! Du schiebst ihm keinen Schaden zu! Gut, jetzt such die anderen! Was denke ich? K ´瑞게 sind unten, er gehört dir! Ja, aber ruhig dich. Ah, jetzt merke ich schon, so geht's. Ich weiß, sei ruhig. Läuft aber ganz gut hier, mit den Gemetzel. Hör jetzt nicht auf, du hast es gleich geschafft. Ja, ja, ruhig. Mann, die regen mich aber auf. Ja, 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 ja. Ha ha! Das hat funktioniert! Mach ihn glücklich! Mach ihn glücklich! Mann, nervt mich! Ich soll meine Macht aufladen lassen, sonst sieht er jetzt gleich ziemlich schlecht aus bei mir. Ach, die Nerven! Was? Warum kommen die denn her? Immer von hinten! Ja, endlich! Hör jetzt nicht auf! Du hast es gleich geschafft! Und jetzt? Was? 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 Ohne die Sicherung kannst du den Schild nicht überlasten! Ja, ich verstehe schon! Ja, ich verstehe schon, was du von mir willst! Sei leise, Quota! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Deine Schildes entbunden! Ich verstehe! Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Boah, das war stark! Wer schießt da mit Raketen auf mich? Das steht hier mal gar nicht. Das Leben brauche ich erstmal von denen. Ach, wer schießt denn da? Trinkt ihn zu falsch! Sehr gut! Mach weiter so! Weiter so! Der hält nicht mehr viel aus! Ich weiß, dass er nicht mehr viel aushält. Okay, das war's dann mit dem. Mach weiter so! Oder? Komm schon, das war's dann mit dem. Noch Leben! Noch Leben! Danke! Boah, jetzt rastet der wieder! Ha ha! Das hat funktioniert! Ich kenne mich die wieder! Das hat der wiederum. Dann rastet der wieder! Ja gut, du bist schon tot! Schalke ihn aus! Er wird schwächer! Mach weiter so! Hör jetzt nicht auf! Du hast es gleich geschafft! Okay, muss ich ihn dann nicht haben, oder? Oder auch nicht! Mann, nerven die Viecher! Mann, ich möchte klein angreifen! Nicht diesen großen, fetten Bastard! Ach, ist der blöd! Was? Ja klar, auf einmal kommt ein Quick-Time-Event, von dem ich gar nichts wusste! Was soll ich denn hier machen? Ich kann gar nichts machen! Ich glaube, es geht nichts! Mach mit ihm einen Spaziergang! Was? Und jetzt? Wo ist sie jetzt hin damit? Guck leicht rein. Ach so. Ja, sowas dachte ich mir schon. Lebt es mich immer noch? Ist aber hartnäckig. Wo ist sie jetzt? Oh, hier ist es. Ich muss dich nur mitmachen. Kann mir jemand sagen? Ach so, jetzt ist er wahrscheinlich schon tot, ne? Noch hier hoch. Oder auch nicht. Komisch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Vielleicht runter? Zum Selbstrauf springen, vielleicht. Ja, genau. Hier gibt es anscheinend auch kein Holoponts mehr. Aber hier. Und noch ein Schwertkristall. Ne, hier möchte ich nicht rein. Ich möchte Schwertkristalle. Ich bin ja böse, also bin ich hauptsächlich auch auf Macht ausfällig. Auf Machtplitze. Ich bin ja so wie der Imperator. Ich habe die Augen nicht wie ein Lichtschwert. Alle Schiffe, Energie auf die Front, Deflektor schildet. Cool. Wap, wap, wap. Ich mache jetzt freut schon Lasern. Ach ja, was mir auch schon aufgefallen ist. Star Wars spielt ja... ...zu übelst hoch technologisierter Zeit. Aber warum können die keine vernünftigen Lasers hier ins Thema entwinden? Kannst du mich hören? Bist du da? Wie ist die Lage, General? Das Imperium hat unser Wartestag. Wir müssen die Y-Wing starten oder das wird ein kurzer Kampf. Räum das Deck frei, Starkeller. Wir müssen unsere Schiffe rausbringen. Ich kümmere mich um sie, General. Oder zumindest so ein Möchtegern. Die Idee ist das Typ. Ich riegele dir den Hangar ab. Schalte diese Enter-Schiffe aus. Ich riege dich wahr. Jeden Mal war einer red auch cool Wir müssen die Y-Wing starten, oder wir müssen die Y-Wing starten. Wir müssen unsere Schiffe rausbringen! Ich kümmere mich um Sie, General! Ich riegele den Hangar ab! Schalte diese Enter-Schiffe aus! Geil! 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 Bis zum nächsten Mal.